Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded Jo, gestern haben wir mit dem Häuschen angefangen Das werden wir heute weiter bauen Beziehungsweise fertig bauen Ähm, ich will gerade nochmal hier Drei neue Dingens aufhängen Oh, Koi ist da So Die können hier rein Dann haben wir noch Madenzeugs Und So Also wie gesagt, mein Plan ist es Ähm, das Häuschen weiterzubauen Oh, ich habe gerade gesehen Plätten haben wir auch noch So, die Federn bleiben im Inventar, weil die nehme ich dann mit Ähm, zur Burg Wir bauen jetzt erstmal das Häuschen fertig Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann losziehen Um die 5 Baumwanzen mal zu holen Oder vielleicht die 5 Jungspinnen Na, ich weiß es noch nicht Auf jeden Fall Ähm Nach und nach immer die Quests mitnehmen Ganz wichtig Dass wir so die letzten Sachen freischalten können Ist ja nicht mehr viel Ich glaube, das ist gerade noch so eine Handvoll Sind mehr so die sinnlosen Sachen Wie Skep-Scanner Und Punktescanner Und Zähne-Scanner Und ja Also viel Interessantes ist da nicht mehr freizuschalten Aber es wäre dennoch Ähm Schön, wenn wir es Freigeschaltet hätten Jetzt bin ich gerade am überlegen Hatten wir da hinten das Holz geholt? Ja, ne? Ja, da steht nichts mehr Okay, 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 okay Ich brauche nicht mehr viel Holz Was haben wir denn an Klee einstecken? Eins, zwei, drei, vier Fünf Holz brauchen wir eigentlich nur noch Die kriegen wir Ich weiß auch schon wo Noch ist es nicht notwendig Dass wir uns das von hier hinten holen müssen So, und dann hatte ich gesagt Wir machen da die Spinnräder rein Und wir sollten gucken Dass wir einen Ofen langsam kriegen Und Püriergerät brauchen wir auch noch Genau Ach, jetzt haben wir wieder Spinnenfangdolchenhand Ähm Ja Weil wir brauchen ja für den Hafen einiges an Pilzziegeln Das heißt, dann werden wir uns jetzt auch mal hier in den Ofen hinstellen müssen So Ach, Spinne, halt die Klappe Nein, wir sind keine Freunde Du kannst wieder gehen Da geht mir schon so ein bisschen mit Respekt dran Man kennt ja auch den Fehler Dass die mal eine Zeit lang durch die Tür einfach durchgehen konnte Oder durch Wände laufen konnte Das ist ein bisschen fies Wenn du den Rücken zudrehst Hier zum Beispiel das Holz zu sammeln Ja, man hat so ein bisschen im Hinterkopf Und wenn sie jetzt rauskommt, dann Dann sieht schlecht aus Mehr kam da diesmal nicht raus Was ist denn hier verkehrt Da ist bestimmt die Spinne dran schuld 100 pro Nö, sieht diesmal schlecht aus Aber gut Es sind zumindest unsere 5 Holzstängelchen Die wir brauchen Die nennen wir uns mit Dann machen wir uns das erste Hütchen fertig Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen Klee sammeln Dann bauen wir uns noch den Ofen Und Zumindest schon mal ein Püriergerät Oder vielleicht gleich 2 Oder vielleicht 3 Ah Wir brauchen auf jeden Fall Eine jede Menge Ähm Pilzziegel Ah, ich brauch doch nur 5 Warum nehm ich denn 8 1, 2, 3 Der geht noch nicht Der da oben auch noch nicht War ja klar Gut, dann werden wir uns mal Klee holen Klee, Klee, Klee Ja, sieht nicht so gut aus Aber das wächst ja hier überall 3, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Zack, zack Na, komm So Guckt mal an 8 Klee fehlen noch Kriegen wir doch hin So Und 2 Stängel 1, 2 Passt Bitte fertig So Dann noch eine Tür vorne rein Eine Tür Und bevor hier wieder irgendwelche Ameisen angerannt kommen Machen wir direkt eine geschlossene Tür Die 3 haben wir auch noch 1, 2, 3 2 Sprösslinge und 4 Seile Sieht auch gut aus Sehr schön So, dann würde ich sagen Machen wir in dem ersten Gebäude Machen wir es Erstmal halbe halbe Das heißt Wir stellen auf eine Seite Spinnräte Auf die andere Seite Stellen wir uns einen Ofen Reicht einer? Das ist schon wieder so, ne? Ja, aber wie ich schon gesagt hatte Wir machen In dem Häuschen Jetzt erstmal halbe halbe Und später wird ja dann noch Ein Häuschen für den Ofen entstehen Ein Häuschen für Was weiß ich Eine kleine Gaststätte Oh, Krehe ist da Lass mal so 20, 30 Federn fallen Mit einem Schlag So, flupp Krehe, Karl So So Können wir so lassen Oh, jetzt ist die Tür im Weg Warte Ja, der Koi muss mal gefüttert werden Die ist hier gerade ganz nah Ähm Ja gut Dann machen wir das jetzt so Wir brauchen Püriergeräte Stellen wir jetzt einfach mal drei Stück hin Das ist halt blöd mit der Tür Naja, lassen wir so Und wir machen zwei Öfen hin Wie gesagt, das wird irgendwann Alles noch sein eigenes Gebäude kriegen Aber jetzt erstmal Weil wir nur das erste Häuschen fertig haben Muss das auch so reichen So, das heißt Wir brauchen Blütenblätter Wir brauchen Ameisen Oh, wir gehen gleich mal Ameisenschnetzeln Äh, Salzdrüsen haben wir auch nicht viele Äh, Sprösslinge, glaube ich, waren dabei Eichelschalen waren dabei Ton brauchen wir Äh Blütenblätter haben wir keine Müssen wir uns nach vorne holen Ja, komm, lass Federn fallen Mach hin Oh, doch, keine Sprösslinge Wie kam ich auf die Sprösslinge? Achso, wegen den Beinen Achso Dann müssen wir in die Feuerzone Genau, Feuerzone Sag ich schon In die Grillzone Eieieiei Was ist denn heute los? So, dann noch Holz Dann gehen wir Blütenblätter sammeln Dann hätten wir das erste Hütchen schon mal soweit Äh, neun Blütenblätter Das kriegen wir hier vorne aber nicht zusammen Da sind wir, glaube ich, nochmal Ah, da liegt schon eins Zwei, drei Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Sieht doch ganz gut aus Acht Neun Zehn Helf Spinnchen, komm her Ah, Mist Immer dann in dem Augenblick gerade keine Ausdauer Oh, das war trotzdem kein Schlag Und immer noch keine goldene Karte Mann, 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 Mann Das würde heißen, dann gehen wir jetzt erst mal Wir gehen erst mal in der Hubsiburg jetzt vorbei Und schauen mal wegen Brandstifter und Kochdrüsen Weil die brauche ich dort auf jeden Fall nicht mehr Wird wahrscheinlich nicht viel da sein Aber dass wir zumindest einen Ofen hier schon mal zum Laufen kriegen Und dann werden wir uns da heute mal schnell noch Ähm, den Ameisenbau vielleicht leer machen Was heißt leer machen? Wir brauchen 15 Ameisen Und ich brauche noch eine Seilbahn von hier Zurück Wir haben nur die Nach Ja, nur die, die hier her führt Hm Ja, auf jeden Fall eine ordentliche Verbindung muss irgendwann sein Mit Wegen, mit Seilbahnen, mit allem drum dran Oh, du kommst mir doch Abpassend, sehr schön Zwei Brocken haben wir schon Juhu Vier Brocken Na, da haben wir zumindest schon mal Ein Püreegerät fast fertig, hm Oh, hier drinnen ist Ruhe mittlerweile Also, wir können die Ameisen wirklich fernhalten Das ist doch schon mal geil Ja, und die Rüsselkäfer, die leben hier So, erst einmal hier rüber Ja, moin Einmal hier rüber und die nächsten zwei Federn verballert Dass das hier auch langsam mal Weiter geht Oh, wir haben sogar vier Wieso komme ich schon wieder nur auf zwei? Das ist doch manchmal echt dämlich, oder? Ich freue mich schon, wenn das Ding jetzt fertig ist Das sieht bestimmt geil aus dann So, was hatte ich gesagt? Äh, Kochdrüsen und Äh, Brandstifte Wenn wir welche hier haben Oh, elf Stück Einen lassen wir hier Und Die müssten wir Ne, bei Säurekram Fünf Stück Naja Naja Ameisenbrocken könnte ich rein theoretisch auch hier mitnehmen Ja, mache ich jetzt auch Einfach mit dem Aspekt, dass wir so ein bisschen schneller vorankommen im Bau Ich überlege gerade, ob es irgendeine Möglichkeit gibt Auf die Turmhöhe zu kommen Das Problem ist, von der Eiche bleiben wir hier irgendwo dran hängen, ne? Aber man müsste von der Lampenhöhe Zurückkommen Das müsste doch eigentlich gehen Ich weiß es nicht So, wir gehen da lang Ist immer schwer abzuschätzen Aber die Lampe müsste doch hoch genug sein Dass wir den kleinen Turm erreichen Oh je Muss man mal gucken Ah, Holz ist auch wieder ein bisschen was da Jetzt bin ich halt am überlegen, was das nächste Hütchen sein wird Eine Kochdrüse Okay, dann gehen wir gleich ein Bombi holen Okay Die Dinger sind voll Okay Das heißt, wir müssen uns hier unten auch nochmal eine Kiste hinstellen Oder zwei Kisten Eine mit hier Pilzkram Und eine mit Seilkram, sage ich jetzt mal Das heißt, wir brauchen Saft Wir brauchen Eichelschalen Und Klee Dann machen wir das erstmal provisorisch so Wir stellen eine Kiste Hier hin Eine Kiste Ah, die stellen wir hier hin So Jetzt fehlt noch zweimal Saft Und viermal Klee Dann hauen wir uns den Kram voll Die dürfen schon mal laufen Und Dann Dann Tch, 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 tch. Dann noch ein bisschen Saft. Okay. Und dann gehen wir uns schnell mal den Bomby da hinten holen. Vielleicht erst mal die Spinnen da weg schnetzeln, dann geht das viel einfacher mit dem Bomby. Und hoffen, dass der Säuredrüse verliert. Ah, nicht die Säuredrüse, die... Ja. Auch immer klasse. Was wäre, wenn ich eine Seilbahn von der Lampe zurückbaue? Das ist halt... Guck mal, was die mittlerweile für eine Range haben. Ja, das sauweit wecken hat mich trotzdem schon entdeckt. Also ganz schön hochgeschraubt, die Range. Deswegen hole ich sie mir gleich alle drei. Einfach, dass es hier Ruhe gibt. Dass wir hier ganz in Ruhe jetzt Bombys jagen können. Also ganz in Ruhe. Tschüss. Ja. 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 Na komm. Ah, sehr schön. Sehr schön. Haben wir noch kleine Spinnchen? Für so eine goldene Karte im Tausch? Wäre auch noch ganz gut. Nö, haben wir natürlich nicht. War ja klar. Das heißt, dann können wir jetzt schon mit der Pilzziegelproduktion anfangen. Ich glaube, den Kram sammle ich. Okay. Ich wollte gerade sagen, auch immer mal ein bisschen ein, damit es einfach verschwindet. Also Nahrung ist ja momentan hier drin wirklich gar kein Problem. Die liegt überall rum. So, hier hatte man ja gesagt, schmeißen wir den Kram rein. Dann. Und hier den Pilzkram. Genau. So, dann läuft das schon mal. Da muss natürlich noch Licht hin, ne? So. Das, 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 das. Das weg. Die noch weg. Und der Rest ist Tierkram. Ich wollte mal alles hier irgendwie verballert haben. Das wird halt immer mehr, ne? Die drei können wir wieder mitnehmen. Hängen wir gleich wieder auf. Die ist schon wieder da. Hä? Die ist jetzt zweimal hintereinander da. Und ich habe bis jetzt da vorne noch keine Federn liegen sehen. Liegt 100 oben eine Feder. Das wäre es wieder, ey. Oder die Sichtweite ist wieder zum... Wir müssen gucken. Ich brauche Federn. Ich brauche noch so ein paar. Drei, vier. Ja. Ein paar mehr. Das gibt's doch gar nicht. Doch, da liegt einer. Und da kommt die zweite. Hä? Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, jedes Mal hinschwimmen, wenn die da ist. Aber auch immer nur klein hier, ne? Ich glaube, das ist so ein Sichtweitenproblem. Na, immerhin, zwei Federn haben wir wieder. Das ist doch... Jetzt kommen wir schon unter die 140. Das ist schon gut. Ich denke, ich müsste... Offscreen müsste ich dann doch nochmal die ein oder andere Runde rennen hier und... nochmal alle Federn sammeln, die ich kriegen kann. Müsste mal da oben hinschauen. Vielleicht da oben drauf eine liegt. Dann muss ich mich... Dann müsste ich mich echt mal da oben hin bauen, ey. Ich komme nicht hoch genug. Ich komme einfach nicht hoch genug. Aber da müssten wir ja irgendwo da ein Stückchen irgendwas sehen, aber da ist nix. Noch nix. Komm, schmeiß nochmal 4, 5 hin. Mach hin. Blödes Viech. Aber wenn wir schon hier sind, können wir gerade mal... die Vorbereitungen hier für die Wand machen. Prima. Ich kann noch nicht mal zwei ganze Wände hinsetzen. Das ist nicht gerade toll, ne? Ich habe diesmal eine blöde Höhe gewählt. Da ist versperrt. Das ist natürlich... Oh, nee, oder? Jetzt fängt der Kram an. Hier geht's wieder auf 2 hoch, hä? Da wieder nett. Da auch nett. Da auch nett. Da auch wieder nett. Warum? Ist der Teich da tiefer? Hat der Loch drin, der Teich? Warum geht da eine Wand hin? Aber die anderen nicht. Muss man nicht verstehen, oder? Das ist halt die Überlegung. Na, der geht auch nicht hin von der Höhe her. Ach, das wäre jetzt schön gewesen. Das heißt, ich müsste den Steg so bauen. Ja, finde ich jetzt nicht so schön, ne? Ey, und das ist wirklich nur ein Millimeter, ne? Wäre das Ganze ein Millimeter höher... Hau ab! Scher dich! Tschüss! Ich glaube... Du kriegst gleich mit dem... Naja... Das ist doof. Das ist jetzt richtig doof. Weil ich baue doch bestimmt nicht das ganze Ding nochmal ein Millimeter höher. Das hätte ich eher mal testen müssen. Mist! Mann! Warum? Ah, wahrscheinlich die Kante. Na hier, guck, guck. Da wären wir hier drüber gekommen. Das wäre wahrscheinlich ausreichend gewesen. Um das Ganze... Die nächste Frage wäre... Wir können doch bestimmt tricksen. Oje, oje, oje. Ich gehe mal schlafen. Okay. Jetzt will ich mal was anderes probieren. Was wäre, wenn... Da vorne ging ja noch ein Ganze rein. Jetzt nehmen wir mal... Einfach nur mal probieren. Ich will einfach nur wissen... Ob das funktioniert. Er würde sie da anklippen. Das geht nicht. Okay. Es ist halt blöd, dass der versucht, das da anzuklippen. Weil mein Plan wäre gewesen... Was wäre, wenn... Wenn ich hier erstmal eine Reihe von den schwimmenden Fundamenten hinsetze. Aber wirklich hier... Oh, da. Na gut, das passt halt jetzt nicht, ne? Obwohl, das wäre doch... Gerade mal... Warte mal, das sind drei... Zweieinhalb... Doch, das sind genau drei. Das könnte bedeuten, das müsste doch ein halbes sein. Das müsste ein halbes sein. Na ja, plus, minus ein halbes. Da wäre jetzt die Frage... Was ist, wenn? Das muss jetzt mal probiert werden. So. Prima. Jetzt machen wir die hier mal... Probeweise weg. So, jetzt gucken wir einfach mal, ob wir Grounded ein bisschen austricksen können. Wir nehmen uns jetzt hier mal... eine normale Pilzwand. Da, 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 da. Dass die jetzt ein bisschen höher ist, wie normal. Das ist mir jetzt wurscht, weil das ist ja eh nur die... Ich sag jetzt mal Dock-Seite. So, und hier... So, und wenn ich mich nicht täusche, müsste das jetzt exakt... Na, nicht exakt... Fast die Höhe von einer halben Mauer sein. Was passiert, wenn wir... hier eine halbe Mauer draufsetzen? Aber seht ihr, was ich meine? Ich sag ja, Grounded ausgetrickst. Grounded einfach ausgetrickst. Ich könnte zwei... halbe nehmen. Dann hätte man einen schönen, feinen, kleinen Rand. Oh ja, oh ja. Guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Grounded einfach ein bisschen ausgetrickst. So, und wir sind so knapp über der Wasserhöhe. Also wirklich nur knapp. Mal gucken, je nachdem, wie das Material dann irgendwann noch steht, ob wir die komplett entlang ziehen. Dann wäre der Boden wenigstens geschlossen. Aber schaut's euch an. Es funktioniert. Das ganze Dingens funktioniert. Geil. Andersrum, hätte man jetzt herkommen müssen, oben alles abbauen. Und, ähm, alles nochmal auf eine andere Höhe angesetzt, ne? Na, das ist nicht schön. Dies ist nicht schön. Ich glaub, mir baue... Ja, ich glaub, mir baue erstmal die Pilzwände. Dass wir hier so ein bisschen den Durcheinander wegkriegen. Aber das wäre die passende Lösung. Das heißt, hier hinten des Zeugs muss alles wieder erweichen. Brauchen wir nicht. Und dann können wir hier das alles eigentlich richtig schön schließen. Und oben von der Kante, ihr habt ja gesehen, es ist exakt ein halbes, was da frei geworden ist, ne? Und man hat so eine kleine Stolperkante, ne? Ist doch eigentlich ganz geil. Und schaut euch das mal vom Abstand an. Ich kann zwar da jetzt nicht laufen. Es ist kein Abstand. Es ist überhaupt kein Abstand. Es funktioniert. Ich würde sogar behaupten, ja, die klippen sogar in die Wand rein. Hm. Haben wir ein bisschen ausgetrickst, das Ganze. Na gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kommentieren, ne? Und, äh, ja. Ja, ich würde behaupten, dann wird es heute Abend noch die zweite Folge geben. Ich denke so gegen 18, 19 Uhr. Da bauen wir hier mal fleißig, da tricksen wir hier mal fleißig weiter, oder? Und die Überlegung ist vielleicht, die halben wieder rauszunehmen und die vielleicht mit Grasböden zu machen. Einfach, um das optisch nochmal abzuheben. Na ja, wir werden es mal ausprobieren. Gut, dann würde ich sagen, bis nachher im nächsten Video. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.